26 Euro. 27. 28. Siehst du mit, 28 Euro? Du musst 29. wählen. 29. 29. Letzte Chance. 29 zum Ersten. 29. zum Zweiten. Und 29. zum Dritten verkauft. Dann hätten wir Officer Hockey. Als nächstes. Auf die Bühne willst du, ne? Auf die Bühne. Auf die Bühne. Ja, die hatten wir gerade eben so. Sieht doch noch mal. Okay, es wird schon mal gesungen. Positives Zeichen. Nur leider brauchen wir ein Gebot und kein Gesang. 3 Euro. 5 Euro als Standgebot. 5 Euro. Sie hat schon 5 Euro gesagt. Musst du 6 sagen. Steini? 6 Euro? Er sagt 6 Euro. 7 Euro. Oh, jetzt ist Steini raus. Oh, oh, oh. Habt ihr das Angebot gerade gehört? Wiederhole das nochmal. Ich habe Handschellen. Und ich denke, sie weiß auch sehr gut, wie man die benutzen kann. Wahrscheinlich. Vielleicht. Wäre das nicht ein Grund, dass es mir jetzt bieten, rauszukriegen, ob es heißt. Habt ihr das Gebot 7 Euro? Wir haben ja 8 Euro. Na, 8 sieht aus wie Handschellen. Das wäre ein sehr passendes Gebot. Finden Sie nicht auch? Finde ich auch. Rocki, oh Rocki, Joy, oh Joy. Ein Mann, das soll wie Gold, doch das wird nicht gehen. Wollt ihr super, gehört doch nicht stehen. Schwester Joy, eine Wicht. Und meine Leitenschaft, die Mäh ist so scharf. Oh, Rocki, wenn die Bestrappe ist, dann schwärm ich jetzt ein. Ich bin die Bestrappe ab. Ich bin super heiß, bin im Fieber. Dies ist super, Schwester, verlass ich nie wieder. Denn hier am besten zeigt sie, das heißt sie. Warum denk ich dann nur? Denk ich dann nur. Warum denk ich dann nur? An aufs Säu-Gi. Ja, dann müssen wir aber 8 Euro hören. Leute. 8 Euro. Ja, dann haben wir 7 Euro zum Zweiten. Was habe ich schon mal gehört? Ja, das hatten wir ja auch schon. 7 Euro zum Zweiten. Vielleicht drehst du dich auch noch einmal. Schaut euch diese Idee ganz an. Sie krankt. Vielleicht noch ein Ausschlag gegen das Argument, das wäre jetzt. Und der Zuschlag wird erteilt, höre ich gerade. Zum letzten 7 Euro. Geht da mehr? Höre ich 8 Euro. Verkauft. 7 Euro. So, dann kommen wir zum nächsten. Dann haben wir eine sehr sexy Dame. Und zwar Vicky als Kurenai. Als Akatski-Version. Mit Netz. Auch Linjas hat eben Geheimnisse. Wie hoch? 2 Euro? 2 Euro sind geboten. 4 Euro. Was macht es so nah? Dann zieht sie mit. Ich höre schon die ersten Absprache. 5 Euro hier vorne. 10! Wer war das? 10 Euro. 11 Euro. Wer war das da vorne? Wer war denn das da vorne? Hande. 11 Euro. Höre ich 12 Euro von dem Herrn mit der Sonnenbrille. 12 Euro. Es ist warm, gell? Es ist warm, erlöst sie. Höre ich 13 Euro. 14. 14. Ich höre ich 15 Euro. Sie hat einen Fächer. Ganz kurz zwischendurch. Ihr müsst euch einer abhauen, weil wir haben ganz zum Schluss noch ganz besondere Geschmackheit. Also da bleiben wir uns nicht. 14 Euro sind geboten. 14 Euro sind geboten. Okay, für euch 15 Euro. Ansonsten zum Ersten, zum Zweiten und letzte Chance zum Dritten. Verkauf für 14 Euro. Einmal Applaus, bitte. Einmal Applaus, bitte. Einmal Applaus, bitte. Ich höre euch ein Gebot. 5 Euro. 10 Euro. War das mehr als 10 Euro? Ja, 15. 15 Euro. 20 Euro. 20 Euro. 20 Euro. 25 Euro. 25 Euro. 25 Euro. 35 Euro. 99 Euro. 30 Euro. 30 Euro. Was war es? 33? 33? 35? 35? 36? 36, wieviel? 41 Euro. Dann würde ich mal sagen, Verkauf für 41 Euro, wenn keiner was dagegen hat. Ihr habt auf den letzten Sekunden Einspruchszeichen. 3, 2, 1, Verkauf für 41 Euro. 3, 2, 1, Verkauf für 41 Euro. Und als nächstes kommt jemand ganz speziell. Es ist noch ein Kostierer als Sakura Mime. So, was hat uns Sakura eben jetzt zu sagen? Ich kann tanzen und wir verlieren auf der Seite viel Geld. Ich habe einen Winzen an den Kosten. 10 Euro. 12, 14, 20 höre ich schon da hinten. 30. Steigen wir es raus? 30 Euro ist zu viel. Okay, 30 Euro. Wer bietet mehr? Für diese wunderschöne Prinzessin. Für diese wunderschöne Prinzessin. Sie kann tanzen. Kannst du da auch tanzen? Ja, sie kann tanzen. Ich will nicht tanzen. Nein, sie kann tanzen. Nein, sie kann tanzen. Nein, sie kann tanzen. Nein, sie kann tanzen. Ich glaube, hier wird keiner mehr. Oder für du, ich müsste einmal noch schreien, wenn noch jemand möchte. Ansonsten verkauft für 30 Euro. Und jetzt ist unsere Bühne sehr rosalastig. Und zwar haben wir eine Lakus-Soup, die ich jetzt mit auf die Bühne mitmächte. Johanna ist Lakus. Ein wunderschönes Kleid. Rose Haare. Eine wunderschöne Sprache. Sie sind schüchtern. Was möchtest du denn sagen, um dich anzupreisen? Gar nichts. Sie sind schüchtern. Rose Haare sind auch nicht. Mit einem? Du hast vier Männer. Ja, warum steigern die dann für dich? Das sind die Breite oder? Eine schwere Männer, die wir also kommen. Ja, das war ja wohl. Soh, wenn wir das jetzt haben, wenn wir das jetzt machen.